Willkommen zum Asklepios Talk. Die Beschwerden nach Covid können rätselhaft sein. Sie schwächen einige Menschen über Wochen oder sogar über Monate hinweg. Aber was genau Long Covid auslöst, ist noch nicht klar. Welche Rolle spielt vielleicht die Psyche dabei? Die ist ja sehr wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Ich spreche darüber mit Dr. Marcella Alther. Sie ist Chefärztin der psychosomatischen Abteilung an der Asklepios Klinik in Germersheim. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Was ist Long Covid und wie äußert es sich? Was sind die Symptome? Von Long Covid sprechen wir, wenn nach der üblich zu erwartenden Krankheitsdauer von bis zu vier Wochen die Symptome weiter bestehen. Über einen längeren Zeitraum von acht Wochen und über zwölf Wochen sogar hinaus. Wissen Sie etwas über die Häufigkeit? Ja, das wechselt, was darüber berichtet wird. Also wir dachten lange Zeit, dass Long Covid eher selten ist. Und sagen wir, zehn bis maximal 20 Prozent der Betroffenen das haben. Aber inzwischen sieht es wohl so aus, als seien es tatsächlich mehr. Also es gab ursprünglich Ideen, dass vielleicht 20 Prozent längere Symptome haben. Inzwischen gibt es Zahlen, die sagen, es sind sogar bis zu 50 Prozent. Wobei es natürlich nicht immer die gleiche Ausprägung ist. Aber es gibt doch erstaunlich viele Menschen, die nach zehn, zwölf, zwanzig Wochen immer noch über Symptome berichten. Hat Long Covid meist organische Ursachen oder gibt es auch Zusammenhänge mit der Psyche? Ja, als Psychosomatikerin bin ich natürlich der Meinung, dass alles mit allem zusammenhängt. Aber wir können schon sagen, dass Long Covid eine körperliche Erkrankung ist zunächst mal. Es gibt unterschiedliche Theorien oder Ideen darüber, was dabei passiert. Das geht über Autoimmunerkrankungen, zu chronisch entzündliche Erkrankungen, zu Reaktivierung anderer Viren. Da möchte ich mich gar nicht so festlegen. Aber es ist wohl entschieden eine körperliche Veränderung. Vermutlich auf Gefäßebene. Und Gefäße haben wir ja im ganzen Körper. Und deswegen sind auch so viele verschiedene Organsysteme betroffen. Ich habe auch mal gelesen, dass es Auswirkungen auf die Psyche hat. Also dass die Menschen auch depressiv werden können. Genau, das ist eines der häufigsten Symptome. Also wenn wir uns anschauen, warum suchen Menschen irgendwie das ärztliche System, das medizinische System auf nach einer Covid-Erkrankung, dann steht an allererster Stelle Erschöpfung, Müdigkeit, Leistungsabfall. Und da wird es dann schon schwierig. Ist diese Erschöpfung, Müdigkeit, ist es tatsächlich eine Depression oder ist es einfach nur, was wir vertiegenen? Einfach nur ist auch übertrieben zu sagen, das ist ja eine schwere Erkrankung. Und da sind dann die Übergänge fließend. Wie lange dauert denn in der Regel Long-Covid und wie kann das überhaupt behandelt werden? Wie lang es dauert, können wir jetzt im Moment noch nicht sagen. Denn das ist ja doch ein relativ neues Phänomen. Wir können Parallelen ziehen zu anderen Viruserkrankungen. Und da kann man sagen, das ist eine Krankheit, die kann also irgendwas zwischen ein paar Wochen und das ganze Leben dauern. Da gibt es eine große Bandbreite. Aber man kann schon sagen, dass die Prognose ist nicht so schlecht. Also wenn man sich anschaut, wie gesagt, sehr viele Menschen haben noch nach 10, 12 Wochen irgendwelche Symptome. Nach vier Monaten sind es dann schon weniger. Nach sechs Monaten sind es noch mal deutlich weniger. Und es ist tatsächlich nur ein sehr kleiner Prozentsatz, der tatsächlich nach, ich sag mal noch nach zwölf Monaten noch schwere Beeinträchtigungen hat. Das zumindest kann man mal sagen. Aber nachdem ja wahrscheinlich mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung irgendwann mal an Corona erkrankt sein wird, wird es wahrscheinlich in Zahlen dann doch einige Menschen betreffen. Man hört ja immer sehr viel über Long-Covid, aber das Wissen ist in der Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen. Wie sollten denn Betroffene eigentlich damit umgehen? Ja, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber das eine wäre vielleicht mal einen Arzt aufzusuchen, jemanden aufzusuchen, der einen da beraten kann. Vielleicht auch sich selber schlau zu machen, mal ein Buch dazu zu lesen. Es gibt ja die erste Literatur dazu. Vielleicht sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. und dann schauen, was der Einzelne vielleicht in seiner Situation brauchen kann. Das ist ja sehr individuell, denn jede Krankheit trifft ja einen, ich sag mal einen anderen Menschen in einer anderen Lebenssituation mit einer anderen Sozialisierung, einer anderen Einstellung zu Krankheiten. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen, das ist genau der richtige Weg. Aber sich überhaupt Hilfe zu suchen ist schon mal ein Anfang. Das ist ein guter Anfang und es gibt ja auch Therapiemöglichkeiten. Ja, da wird ja einiges gerade entwickelt. Und das Hauptproblem oder das Hauptthema scheint zu sein, sich mit dieser reduzierten Leistungsfähigkeit klarzukommen, die ja auch sehr wellenförmig verläuft. Also die Patienten berichten, es geht ihnen eine Zeit lang besser und sie denken, jetzt geht es aufwärts. Und dann kommt auf einmal wieder so eine Zeit ganz starker Erschöpfung. Und mit diesem klarzukommen und sozusagen individuell immer wieder zu finden, wie sehr kann ich mich jetzt im Moment belasten, wo kann ich noch ein bisschen was aufbauen, wo brauche ich ein bisschen Ruhe. Das nennt man Pacing. Das jeden Tag wieder neu einzuüben. Da kann man sich Unterstützung dabei holen. Denn man muss einen guten Zwischenweg finden zwischen kompletten Schonverhalten, was nicht gut ist, aber auch Überforderung, was auch nicht gut ist. Und das ist ja etwas, was sich über die Krankheitsdauer immer weiter verändert und was immer wieder neu angepasst werden muss. Das ist gut. Da braucht man wahrscheinlich wirklich Anleitungen, damit man sich selber nicht überfordert oder unterfordert. Kann hilfreich sein. Danke für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit.